Wenn ich Valorant spiele, was ich für Mates bekomme, wie die mit mir reden. Sky, like, what the fuck are you doing? You are legally doing nothing. Fucking bottom frack. Das ist so das Ding, was ich durchgehend höre. Egal, was ich spiele. Ey, gigantisch, ich bin noch nicht so lange. Nein, ich mach nur Spaß. Ich hab gerade nur so ein Beispiel gemacht. Kannst du ein Clip gucken, das war nicht gegen dich. Ja, 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 ja. Ich mein das ernst, wirklich. Nein, du warst nicht damit gemeint. Bis jetzt da... Nein! Oh nein! Egal, ich dodge einfach. Instant luck right now, what the fuck, man? I'm gonna dodge this round, no. No fucking way. Oh, you're dead. Why are you crying for Kino player? Shut the fuck up, man. Oh fuck. Instant luck right now, what the fuck? Yeah. Like, you should talk before, man. Ich schickt jemanden Coach Link von Fiverr ein, coaching you in Valorant as an Immortal 3-Player. Digga, denkst du jetzt ernsthaft? Ich gehe jetzt auf Fiverr und hole mir da Leute, die mich coachen? Wie respektlos, was soll das? Was würdest du mir denn damit sagen? Ich bin nicht bottom... Moment. Ich nehme dich, du bist aus den USA? Ja, ich bin aus den USA. Mom, kannst du mir ein Rohr, bitte? Wir sind in Lidl. Wir sind in Lidl. Niemand hat hier zu sagen. Niemand hat hier zu sagen. Ich brauche ein Taschen Tisha für Coca. Coca-Cola, Penta, Sprayt. Für Coca, Coca-Cola, Tanta, Sprayt.